Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardware-Ecke. Heute schauen wir uns an, wie viel Strom verbraucht die RTX 4070, hier im Fall mit der Ventus 3 von MSI. Wenn wir denn das Power-Target runterdrehen, also wo sind wir am effizientesten? Dazu habe ich das Ganze in 3D-Mark getestet, einmal mit dem Firestrike Ultra, dann Speedway und dann nochmal ein Spiel, und zwar War Thunder. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Bevor wir anfangen, eine kleine Info. Das Testsystem findet ihr in der Beschreibung. Und die Werte, die wir hier sehen, die variieren natürlich, je nachdem, wenn ihr einen Benchmark laufen lasst, dann habt ihr mal mehr oder mal weniger Punkte. Dementsprechend könnt ihr so 1-2% das Ganze nochmal hoch- oder runterrechnen. Kommt immer darauf an und es kommt auch wirklich auf eure Grafikkarte an, euer System. Es ist sehr individuell, dementsprechend solltet ihr das hier beachten. Und ich würde sagen, fangen wir an mit dem ersten Test. Über mir habe ich es einmal eingeblendet. Ich habe mit einem Power-Target von 50 bis 100% getestet. Mehr geht hier nicht bei der 40-70 wie 100%. Das heißt, der Verbrauch liegt hier bei maximal 201 Watt. Seht ihr aber gleich auch nochmal. Und was ihr auch seht, ist, dass wir die Karte auch übertacken können. Das heißt, ich habe das Ganze auch nochmal mit OC getestet. Wie man hier auch schön sehen kann, die höchste Effizienz ist, wenn wir 80% Power-Target anlegen haben. Ihr seht ja, bei 80% Power-Target haben wir nur 82% Verbrauch von 100%. Wie hoch genau der Verbrauch ist im Watt, das seht ihr dann gleich nochmal. Und bei diesem 82% Verbrauch haben wir 96% Leistung in Firestrike und in Speedway. Wenn wir dann nochmal runterstellen, dann kommt es wirklich darauf an, welches Spiel oder welchen Benchmark lässt er hier laufen. Ihr seht ja einmal, in Firestrike Ultra sinkt die Leistung nicht so ab. Denn da haben wir dann 91% Leistung und in Speedway nur noch 82%. Umso weiter wir dann runtergehen, umso mehr fällt es. Das heißt, der Sweet Spot ist bei 80%. Bei 90% ist es so, da haben wir fast die gleiche Leistung wie mit 100% Power-Target. Allerdings ist der Verbrauch ein bisschen höher wie bei 80% und liegt bei 93%. Was das genau heißt, das zeige ich euch jetzt. Ihr könnt euch die ganzen Sachen nochmal in Ruhe angucken, indem ihr das Video pausiert, damit das Video dann nicht zu lang wird. Dann kommen wir zu War Thunder. Hier sieht es ein bisschen schlechter aus. Hier sind wir bei 80% Power-Target bei einem Verbrauch von 82% und haben nur 95% der Leistung. Allerdings runde ich hier auf und ab. Das heißt, wenn wir hier 95,4% haben, sind es 95%. Dementsprechend, ihr könnt es euch ja nochmal selbst ausrechnen. Die FPS sind ja eingeblendet und den Verbrauch blende ich euch ja hier auch ein. Und ihr seht auch, bei 80% Verbrauch sind wir bei 165 Watt Gesamt-GPU-Verbrauch, also gesamte Grafikkarte. Gleich seht ihr nochmal, was die einzelnen GPU verbraucht. Und im Vergleich dazu bei 100% liegen wir bei 201 Watt. Das heißt, ihr könnt hier nochmal so gut 35 bis 36 Watt sparen. Kann sich lohnen, kann sich auch für die GPU-Temperatur lohnen. Ihr seht, die Lüfter drehen nicht wirklich niedriger. Das seht ihr gleich auch nochmal. Und komischerweise bei 50% Power-Target ist die GPU wärmer. Aber ich glaube auch, die Lüfterdrehzahl wird hier nicht richtig angezeigt. Aber es sollte ja logisch sein, dass die GPU ein bisschen kühler wird, beziehungsweise die Grafikkarte leiser, wenn wir denn den Verbrauch senken. Ansonsten, wenn wir nochmal übertakten, das habe ich übrigens gerade eben bei 3D-Markt vergessen, da können wir nochmal Leistung rausholen. Hier ist die Leistung auch etwas höher wie beim 3D-Markt. Denn wir können nochmal 6% mehr Leistung rausholen und verbrauchen dann auch nicht mehr. Das heißt, wenn ihr mehr Leistung braucht, dann ist das hier kein Problem, könnt ihr rausholen. Aber man muss auch dazu sagen, ob ihr jetzt mit 199 FPS spielt oder mit 210, macht dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel aus. Aber gut, wenn ihr denn sowieso 100% verbrauchen wollt, also 201 Watt, dann könnt ihr auch übertakten. Ansonsten würde ich, wie auch beim 3D-Markt, zu 80% Power-Target raten. Was man hier sieht, dass selbst wenn wir 70% Power-Target einstellen, immer noch 91% der Leistung haben und der Verbrauch liegt dann bei 145 Watt. Das sind über 50 Watt weniger wie mit Standardeinstellung. Das ist schon mal gut. Und was auch interessant ist, bei 50% Power-Target liegen wir bei 105 Watt, haben allerdings auch nur noch 61% der Leistung. Aber dafür ist der Verbrauch auch niedriger mit 52%. Das heißt, wenn euch hier in dem Fall 122 FPS ausreichen im Durchschnitt, dann könnt ihr auch auf 50% Power-Target unterstellen. Übrigens War Thunder lief hier in UHD ohne SSAA und mit maximaler Qualität. Dann noch mal kurz was zu GPU-Temperatur, Board-Power und GPU-Power und den Lüfterdrehzahlen. Ihr seht, die Lüfterdrehzahl ändert sich nicht wirklich. Und ich verlasse mich hier auch definitiv nicht auf das, was mir da angezeigt wird. Aber die Grafikkarte wird auch nicht lauter. Das kann ich euch sagen, selbst bei OC nicht, weil wir halt nicht das Power-Target höher stellen können und dementsprechend auch nicht mehr Leistungsaufnahme anliegt. Und das Ganze könnt ihr euch gerne noch mal in Ruhe anschauen. Man sieht da auch noch mal, was das restliche Board der Grafikkarte verbraucht. Also ohne die GPU kann man sich auch ausrechnen. Habe ich jetzt hier sein gelassen. Das wären vielleicht zu viele Informationen. Ich denke, am Ende des Tages interessiert euch sowieso nur die gesamte Leistungsaufnahme der Grafikkarte. Und die gesamte Leistungsaufnahme des Systems liegt natürlich noch mal etwas höher. Es kommt am Ende dann natürlich darauf an, was für ein Mainboard habt ihr verbaut, wie für Festplatten, was für ein Netzteil und so weiter und so fort. Und dementsprechend habe ich das hier außen vor gelassen, weil es halt sehr stark variiert. Am Ende stellen sich viele von euch wahrscheinlich die Frage, lohnt sich das Ganze? Und ich kann sagen, definitiv, es lohnt sich. Wenn ihr seht in einem Spiel, okay, ich habe mehr Leistung, als ich brauche, dann könnt ihr natürlich auch das Power-Target runterstellen, was ihr auch machen könnt. Ihr könnt die Frame-Zahlen limitieren. Das heißt, ihr stellt entweder G-Sync ein oder Adaptive-Sync, was auch immer ihr benutzen möchtet. Und limitiert dann auf 120 FPS, indem ihr halt nur die Herzzahl auf 120 stellt, je nachdem, was für einen Monitor ihr habt. Und dann verbraucht die Karte natürlich auch weniger. Wenn ihr das nicht möchtet, dann macht das Power-Target auch Sinn. Und dann wisst ihr immer, okay, ich verbrauche immer das und das, wenn ich ein Spiel spiele. Und wenn ich mal mehr Leistung brauche, dann könnt ihr das Power-Target hochstellen. Das ist übrigens nicht das einzige Video, wenn das das erste Video ist, was ihr seht, wo wir den Power-Target bzw. Undervolting hantieren. Wir haben auch noch ein Video zur 4070 Ti, dann ein Video zur 4090, zur 7900 XT und zur 7900 XTX. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, verlinke ich auch nochmal. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr eure Grafikkarte so eingestellt habt. Habt ihr generell überhaupt das Power-Target runtergestellt oder nicht? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob ihr das Power-Target drunter stellt oder ob ihr die Frames limitiert. Falls ihr nochmal ein Video möchtet, wie man denn die FPS limitieren kann, das kann man auch unabhängig vom Spiel machen. Dann mache ich da auch nochmal ein Video zu oder der Roy, wenn er möchte. Das soll es auch schon gewesen sein. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne. Das würde uns sehr freuen. Und lasst einen Daumen nach oben da. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Tobi. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.